Vor der altehrwürdigen Karlskirche parken Polizei-Autos. Was mag das wohl bedeuten? Der Grund polizeilicher Wachsamkeit jenes Häufchen von Bürgern und Bürgerinnen Österreichs. Spazierengehen als friedlicher Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Die Freunde und Helfer begleiten diesen Spaziergang. Dann gehen wir da jetzt rum. – Frieden, Freiheit, frei mit dem Lüsterdorf! – Frieden, Freiheit, frei mit dem Lüsterdorf! Viertel, Viertel, Viertel. Frieden, Viertel, 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 Viertel! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit traubt! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit traubt! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit traubt! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Was man zum gesamten Verlauf der Veranstaltung feststellen muss, die Polizei hat sich extrem im fair und korrekt verhalten! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Diktatur! Dankeschön auch an diejenigen, die hier eine Fahrt steigen machen. Dankeschön, großen Applaus. Sofern die Polizei im bisherigen Verlauf des Spazierganges, der sich zum Teil in eine kleine Kundgebung gewandelt hat, vorgegangen ist, am Ende wurden jetzt doch einige Demonstrationsteilnehmer eingekesselt und zur Ausweisleistung aufgefordert. Die Situation eine sehr unangenehme und man kann nur hoffen, dass sie friedlich zu Ende geht.